Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wellheim. Wir haben es in der letzten Folge das erste Mal geschafft zu sterben. Der Troll war dann doch eine Nummer zu groß. Eigentlich lag es nur an den fehlenden Pfeilen. Aber was will man machen? Ich hoffe jetzt erstmal ganz sehr, dass wir all unseren Loot wieder kriegen. Boah, wie wenig Ausdauer wir haben. Wir haben halt nix im Magen, gar nichts, ne? Finden wir hier mal schnell ne Himbeere oder so? Da hinten sind ein paar Pilze, die nehm ich auch. Hauen wir uns erstmal hier davon einen rein. Wehe, wir haben jetzt unsere Rüstung verloren. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Dann wären die ganzen letzten drei, vier Folgen komplett für den Popo. Ich hoffe nicht. Ja, Hirsch, du bist mir egal, ich hab sowieso nix. So, schnell noch ne Himbeere rein. Wo müssen wir hin? Wir waren doch schon ganz schön weit draußen, ne? Jetzt kommt ne Möwe. Das Spiel möchte mich wirklich komplett verarschen. Schlag dich mit meinen Händen. Ne, schafft man nicht. Ist direkt durch den Felsen durch, gar kein Problem. Ja, das ist natürlich äußerst fies. Einmal im Kampf mit dem Troll. Und jetzt, wenn ich überhaupt gar keine Ausrüstung hab, wirft mir das Spiel die Möwen hin. Da war die nächste. Hier sitzen zwei. Ach komm. Das kann doch nicht der Ernst sein. Hier fliegen überall welche. Okay. Das ist Mobbing. Mobbing vom Spiel. Zeige ich die Entwickler an. Und überall Tierchen. Na klar. So, wo ist unsere Todesstelle hier vorne? Oh, Wildschwein. Nein, nein, kein Wildschwein. Wildschwein ist äußerst schlecht. Zumindest haben wir erstmal wieder etwas mehr Ausdauer. So, Todesstelle ist hier. Ich hoffe mal, dass der Treu jetzt nicht direkt hier auf uns wartet, aber sieht nicht danach aus. Gegenstände geborgen. Ich kämpfe erstmal kurz, aber es sieht erstmal gut. Ah, ich wollte doch gar kein Pfeil. Alter, bin ich erschrocken. Wie kann man den denn nicht hören? Boah, ich habe mir gerade aber hallo in die Unterhose geschissen. Leichenlauf. Weiß nicht, was das bedeutet. 18 Sekunden noch. Ich glaube, wir verbrauchen weniger Ausdauer, ne? Ach, Troll, geh weg. Aber wie viel Leben hat denn der? Ja, okay. Er hat weniger Leben. Das heißt, beim nächsten Versuch kriegt man den auf jeden Fall. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass er jetzt wieder voll ist. Ach, mit der Taste R kann man die Waffe wegstecken. Ich habe immer die Taste gedrückt, auf die, der die Waffe liegt. Also die 3 jetzt in dem Moment für die Axt. Dann brauche ich nicht jedes Mal gucken. Ja, schade, dass wir keine Pfeile mehr haben. Hätte ich ein mehr gemacht, wäre der ganze Tod nicht passiert, aber okay. Jetzt müssen wir zumindest auch was passiert, wenn wir sterben. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt schnell nach Hause, machen uns Pfeile. Kommen hier wieder zurück, hoffen, dass uns das Spiel nochmal so viele Möwen gönnt. Wenn das der Fall ist, dann holen wir die. Sollten dann auch genügend Federn haben und wir holen uns natürlich den Troll. Ach shit, keine Ausdauer mehr. Ich bin mal gespannt, was der fallen lässt. Uns ein schönes Trollfleisch kochen können. Ach, überall hörst du schon, wir haben keine Pfeile. Wir hätten uns jetzt natürlich auch hier schnell eine Werkbank zimmern können. Aber wir lassen das. So, Wildschwein holen wir noch. Ach, Kräuling. Ihr seid schon echt armselige Kreaturen. Andere Wildschweine interessiert es nicht, okay. So, schnell nach Haus. Ich bin echt gespannt, den Troll jetzt niederzustrecken. Und dann bitte noch ein paar Möwen und dann könnten wir es doch tatsächlich schaffen, zum Eiktür zu gehen. Honig hätte ich halt gerne noch. Ich hatte es letzte Folge schon mal erwähnt. Aber so Bienen-Technisch habe ich noch gar nichts gehört oder gesehen. Der Baum ist natürlich krass hier, ne? Ich weiß nicht, ob das was noch mit der... Also, ist irgendwie... Der hat einen Namen. Ich habe ihn aber vergessen. Weiß nicht, ob wir den vielleicht früher oder später mal noch besteigen werden. Oder sonst irgendwas cooles Story-Technisch mit dem Baum noch ist. Okay. Wir machen uns Pfeile. Wir können Feuerpfeile schon was kosten. Zwei Federn. Wir haben drei, ne? Und die Feuersteinpfeile, wir gucken mal kurz. Feuer 22, Stechen 11. Stechen 27. Achso, aber die brennen dafür dann nicht. Ja, ich glaube, wir bleiben lieber bei den Feuerpfeilen. Mir ist das lieber, wenn da... ...durchgehend ein bisschen Schaden kommt. Wir brauchen jetzt erstmal normale Pfeile. Machen wir gleich zweimal. Ich wollte mal ausprobieren, aber das... Ja, wir brauchen die Pfeile nicht auswählen, wenn wir nur die eine Sorte einstecken haben. Und zack, ah, wir könnten uns nochmal ausruhen, brauchen wir nicht vier Minuten. Das schaffen wir. Wie viele Fälle hatten wir denn jetzt? Neun Stück? Hätten wir uns gleich noch das letzte Teil der Rüstung machen können, aber... ...gegen den Troll bringt das sowieso nicht viel, wenn der uns zweimal trifft. Ist Schicht im Schacht. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht Ewigkeiten da, das Symbol. Und er erinnert mich immer wieder an mein Versagen. Aber früher oder später wird das sicherlich verschwinden. Ach, Mensch. Immer diese Gräulinge. Na, komm. Ich wollte es nochmal probieren mit dem Perfektblocken. Wann wir da genau drücken müssen. Jetzt war es, glaube ich, zu früh. Komm. Immer noch nicht. Ah, jetzt. Okay. Also wirklich erst genau in dem Moment, wo er uns trifft. Naja, wir sind ja gleich da. Die Markierung mit Wasser können wir auch mal löschen. Habe ich, glaube ich, mittlerweile im Kopf. Möwe! Jawohl. Wie viele Federn? Dreimal. Weiß nicht, ob es immer drei sind, aber das ist soweit schon mal. Ein Hirsch. Heute gibt es Hirschgulasch. Irgendwas habe ich getroffen. Ich weiß nicht was. Was war's? Ach, der Hirsch ist voll nah. Den hätten wir eigentlich gerade holen können. Harz. War das ein Gräuling? Den nehmen wir natürlich noch mit. Komm, Platz. Danke. Eigentlich gar keine Lust, jetzt im Dunkeln noch gegen den Troll anzutreten. Wo ist unsere Todesstelle? Ach, die war da vorne erst. Wir waren wirklich weit hinten. Und ich habe es immer noch nicht gelernt. So langsam habe ich den Dreh raus. Ich freue mich, dass wir jetzt mittlerweile so schnell an Felle und Leder kommen. hatte halt durch die ersten Folgen echt den Eindruck, dass das dann Ewigkeiten dauert. Aber so schnell, wie wir das jetzt kriegen, bin ich dann doch sehr zuversichtlich. So, wir nehmen mal die Fackel. Keine Ahnung, ob das vom Spiel überhaupt so geplant ist, dass man so früh schon so ein Troll trifft. Aber ich sage mal, so stark ist er gar nicht. Also wenn wir mit genügend Pfeilen ist das okay. Im Nahkampf kannst du den natürlich nicht nehmen. Zumindest noch nicht. Feuerstein. Danke, Freight. Okay. Die Fackel ausgegangen, weil wir zu tief im Wasser waren, ne? So, ich möchte nicht nochmal von ihm überrascht werden. Ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn wir ihn doch vorher sehen. Der Bogen ist fast kaputt. Wie ist denn das jetzt? Irgendwas vergisst man immer. Mir wäre es eigentlich schon lieber, wenn es hell ist. Was ist das? Das ist ein Stein. Ne, ne, ne Ast. Hoff'n mal, dass es ausreicht. Wenn wir jetzt nochmal nach Hause müssen zum Reparieren. Scheiße ausgerufen. Oh, hier ist er ja. Konnte ich den so spät sehen? 115. Haben wir den, haben wir ja perfekt getroffen. Kommst du? Ne, der geht. Keine Lust auf uns. Es ist Nacht. Er möchte schlafen. Er ist glücklicherweise sehr langsam. Du machst doch keine gruseligen Geräusche. Wir müssen weg. Aber ich glaube ein oder... Uah. Achtung auf Baum. Ein oder zwei Pfeile, dann sollten wir ihn haben. Oh Gott. Du bist nass. Ja, in der Buchse. Wegen dem Troll. Was ist denn das? Ach du scheiße Skelett. Sind wir schon im Dunkelwald? Oh oh. Oh oh. Ich weiß nicht, wie stark das Skelett ist. Ich habe keine Ahnung. Können die schwimmen? Ach Mist, jetzt haben wir uns wieder... Hey, er hat das Skelett. Oh, 363 Ha... Also danke erstmal, Troll. Er mag anscheinend auch keine Skelette. Jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, ihn zu holen. Was hat das Skelett liegen lassen? Knochen. Hirschfellumhang und Knochenfragmente. Cool. Wir haben halt echt nicht mehr viel vom Bogen, aber... Das müsste ja gleich... geschafft sein. Kommt er zurück? Ja. Und wir haben ihn erlegt. Was gibt er uns alles? Jetzt bin ich mal gespannt. Trollleder. Kein Platz im Inventar. Ach komm. Wird schon wieder irgendwas kommen. Wir brauchen Platz. Oh, die Himbeeren weg. Hä? Jetzt haben wir Harz aufgenommen. Können wir nicht irgendwas essen? Komm, Himbeeren. Trollleder. Was haben wir noch? Trollleder, Trollleder, Trollleder. Ohne Ende Trollleder. Das ist cool. Das wird bestimmt nochmal stärker sein als anderes. Aber wir haben keine neue Rezepte dadurch gelernt. So, und hier sind jetzt nur noch die Himbeeren, ne? Ja. Fünf Stück gleich. Sehr dickes und stabiles Leder, darum sind Trollle so schwer zu töten. Gut, ich verschwinde jetzt ja erstmal. Das ist mir hier zu unheimlich in der Ecke, wenn hier Skelette und Trolle kommen. Nein, danke. Uh, ein Hirsch. Ach, Mist. Er darf überleben. Hat er sich verdient. Möwe. Nein, jetzt ist unser Bogen kaputt. Wie hoch muss man denn bei den Möwen zielen? Wenn wir sind so nah dran. Ach, das ist echt ärgerlich. Also kriegen wir die nicht. Nö. Und die nächste. Das ist wieder das Spiel, möchte mich wirklich triggern. Glaube ich ganz stark dran. Und die nächste. Natürlich. Ist okay. Aber gut, es regnet, ne? Oder? Ne, wir sind bloß, das ist weil wir im Wasser waren. Na gut, wir gehen wieder zurück. Machen unser Inventar mal wieder etwas leerer. Ich vergesse mal die Waffe einzustecken. Dann sind wir ja schneller. Hätten wir eigentlich auch machen können mit dem Troll, dass wir die immer wieder wegpacken und ein Stück weggehen. Aber okay. Man lernt nie aus und das werden wir dann in Zukunft einfach besser hinkriegen. Wie viele Federn haben wir jetzt? Wir haben sechs Stück. Ich finde halt, wir haben noch sehr, sehr wenig Leben. Wenn ich so anderen zuschaue beim Spielen, dann haben die teilweise schon um die 100, 120 oder sowas. Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Hat halt ein bisschen was damit zu tun, was wir essen. Dann mal gucken, wenn wir zwei verschiedene Fleischsorten nehmen. Generell uns gleich mal die Werte angucken von den ganzen Sachen. Was da? Gut. Ne, komm, wir rennen jetzt nicht hinterher. Keine Zeit verdrödeln. Ja, dass wir uns die Werte von den ganzen Sachen mal durchschauen. Mal rauskriegen, was da die beste Kombination ist. So, wir können erstmal unser Inventar hermachen. Das Rohrefleisch rein, das können wir nachher braten. Die Knochenfragmente. Münzen. Es gibt wohl einen, ich weiß nicht, ob wir die dafür brauchen, aber ich glaube, es gibt wohl so einen Händler, den wir im Schwarzwald, glaube ich, finden. Wir brauchen schon wieder die nächste Truhe. Ich dächte, mit dem können wir dann später handeln. Also, wir können mit dem handeln, aber ich glaube, dafür brauchen wir die Münzen. Uns fehlt Holz. Wir haben noch irgendwo Holz. Kein Holz mehr. Und hier ist natürlich gerade, oh, oh. Es ist Sturm. Ich hoffe, unsere Hütte hält es aus. Und Gewitter. Ja, Mist, wir haben nicht genügend Holz. Wie viel brauchen wir denn für die Truhe? Zehn Stück und wir haben neun, ne? Natürlich. Wie sollte es anders sein? Hier hinten lagen ja auf jeden Fall ein paar Bäume rum. Oh, ich nehme mir jetzt einfach nur so eine kleine Buche vor. Tag 11. Wir werden dann später mal wieder Zeit verbringen, bisschen mehr Holz und Steine und so zu sammeln. Aber aktuell brauchen wir es ja nicht. Wir haben eine ganz stabile Hütte. Das hier drüben müssen wir definitiv nochmal ändern. Das gefällt mir noch gar nicht. Aber das hat alles Zeit. Wir wollen jetzt hier erstmal storytechnisch ein bisschen weiterkommen. So, da haben wir die Truhe. Die packen wir hier einfach daneben. Vielleicht so. Dann Feuerstein und Steine rein. Alles, was schwer ist. Die Hirsch-Trophäe packen wir in das andere Ding. Das Trollleder kann erstmal rein. Die Federn belassen wir Essen. Packen wir jetzt erstmal das nicht gekochte rein. Können wir uns später drum kümmern. Essen noch hier rüber. Dass wir das Essen hier etwas sortiert haben. Und zwar genau so. Nächsten Trophäe kann auch rein. Das Hirsch-Trophäe war nicht hier. Das Hirsch-Trophäe... Moment. Ach nee, das ist Leder. Das ist ja gar nicht das Hirschfell. Ja, 13 Hirschfell haben wir. Hatte ich vorhin verwechselt. Passt. So, dann machen wir uns jetzt... Was fehlt denn uns noch? Die Hosen haben uns gefehlt, ne? Wir haben Lederbrustpanzer, wir haben Lederhelm und jetzt bräuchten wir die Lederhosen. Ich freue mich. Wir haben alle drei Gegenstände, die wir jetzt aktuell erstmal machen können, ausgerüstet. Wir gucken uns mal an. Sieht schon etwas fortschrittlicher aus. Entschuldigung. Komisches Wort. Hier haben wir das. Lederreste hier unten hin. Und jetzt gucken wir nochmal für die... Achso, wir brauchen Holz für die Feuerpfeile. Und Harz. Ah, das ist ja doch gut, dass wir so viel Kräuling umgebracht haben. Zwei Stück. Wir haben sechs. Das heißt, wir können uns insgesamt 60 Pfeile herstellen. Ich denke doch stark, dass das für Eiktür ausreichen sollte. Dann lasst uns noch ganz schnell ein bisschen Holz sammeln. Dann machen wir das doch jetzt gleich. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das Holz, machen wir uns die Pfeile und gucken mal, dass wir uns auf den Weg zur Eiktür machen. Ich bin sehr gespannt, ob wir es schaffen. Also ich hoffe sehr. Weil aktuell hat man jetzt noch keinen Fertigkeitenabzug. Ich weiß nicht, wie es dann beim zweiten Tod ist. Und ich weiß nicht, wie gravierend das generell ist, wie viel wir da wirklich dadurch verlieren. Da habe ich nämlich eigentlich gar keine Lust drauf. Ich bin ja schon mal froh, dass wir alle unsere Items wieder einsammeln konnten. Mit den Buchen ist natürlich echt geil. Das sind zwei Schläge. Ach, Gräuling. Das sind zwei Schläge mit der Feuerstein-Axt. Wir kriegen ja trotzdem so drei, vier Holz. Pro Buche. Da ist das Holzfarm natürlich echt schnell erledigt. Wenn wir genug Ausdauer hätten. Ich muss mich öfter daran erinnern, dass wir uns ausruhen müssen. So, wir machen jetzt hier aber an der Stelle erstmal wieder ein Folgenende, weil es ist leider schon wieder so weit. Ich muss sagen, die Zeit geht in dem Spiel so schnell rum. Und der Suchtfaktor hat mich definitiv gepackt. Die ersten Folgen waren noch so ein bisschen, ja, ich dachte mir, wie kompliziert kann es sein, ein Haus zu bauen. Aber mittlerweile, wenn man dann auch so ein bisschen die Mechaniken versteht und generell halt auch weiß, was man machen muss, man braucht halt ein paar Grundkenntnisse, muss ich sagen, kann ich fast gar nicht mehr aufhören. Also, das Suchtverlangen von vielen kann ich sehr gut nachvollziehen. Lasst uns noch schnell wieder zum Haus, dass wir die Folge hier nicht im Regen beenden. Wie viel haben wir denn jetzt gesammelt? Ach, 57 Stück schon wieder. Ich würde sagen, wir craften uns noch schnell die Feuerpfeile, dass wir das in der Folge noch erledigen konnten. Und dann ist das doch mal ein schöner Abschluss. Oh, wo seid ihr Feuerpfeile? Hier sind sie. Eins. Ja, wir brauchen das Harz. Wo haben wir das Harz hin? Hier haben wir es. Nummer 2 Und Nummer 3 Da haben wir sehr lange drauf hingearbeitet. 60 Stück. In der nächsten Folge geht's zur Eiktür. Seid gespannt. Bis dahin. Macht's gut. Entschuldigung. 其實 ein und wird ehrlich ע